Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Es gibt ein Interview von Activision, das recht interessant ist in Zusammenhang mit den Informationen, die wir zur neuen Map haben. Viel davon ist natürlich Leaks, dann gibt es diese ganzen Teaser mit den Zombies. Da will ich heute drauf schauen. Hört sich doch alles recht interessant an. Bevor wir in die Informationen springen, will ich ein Dankeschön raushauen an Nvidia und an Zotac. Die haben mir die 3060 zugeschickt, die ich in meinen Recording-PC gepackt habe. Ich habe nämlich jetzt den extra Recording-PC und ich benutze eben den NBank-Codec, mit dem dann die Grafik gerade das ganze Video-Encoding und so weiter übernimmt. Was sehr angenehm ist und ein fettes Dankeschön geht raus an euch. Vielen, vielen Dank. Für mehr Informationen könnt ihr gerne auf den Link einfach klicken in der Videobeschreibung. Hat mich einfach gefreut, dass ich die eben benutzen kann für den Zweitrechner. Am Kabelmanagement arbeite ich noch. Okay, gucken wir uns die Informationen an. Was wir jetzt aktuell natürlich haben, sind diese Zombies, die sich über die Map bewegen. Die sind alle mit dem Schiff gestrandet, sind dann weitergezogen zum Gefängnis und sind jetzt anscheinend auf dem Weg zum Krankenhaus. Also diese Woche könnte ein Update kommen, bei dem dann die ganzen Zombies im Krankenhaus landen. Jedenfalls haben einige YouTuber aus den USA so komische Krankenhauskittel zugeschickt bekommen. Und das passt natürlich ganz gut zusammen. Und bevor die Zombies beim Gefängnis waren, haben die irgendwie so eine Gefängnis-Jogging-Hose zugeschickt bekommen. Das heißt, diese ganze Teaser-Sache mit den Zombies geht weiter, wenn auch leider relativ langsam. Dann gibt es natürlich einige Leaks zu dem ganzen Thema. Das sind natürlich Leaks, also nichts Bestätigtes. Und laut diesen Leaks ist es so, dass wir wohl mit Season 3 starten eine neue Map bekommen. Dass davor wahrscheinlich irgendwas Event-Technisches passiert. Da ist ja die Theorie, dass die ganzen Raketen, die neu dazugekommen sind mit Season 2, die Map zerstören und dass wir dann irgendwie die Map wechseln müssen. Und die neue Map wird in der Vergangenheit spielen, in den 80er Jahren, was eben auch die Zeit von Black Ops Cold War ist. Es gibt dann nochmal neue Leaks zu dem Thema. Das sind natürlich wieder unbestätigte Informationen. Und zwar ist es anscheinend so, dass wir eine recht große Map bekommen, die 23 Orte beinhaltet und anscheinend mit bis zu 250 Spielern spielbar ist. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, warum man noch mehr Spieler auf eine Map bringen muss. Aber klar, wenn man die Map größer macht, dann muss man das vielleicht machen. Aber man müsste ja die Map nicht größer machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich denke, da geht es vielleicht darum, dass Activision gerne sagen will, dass sie halt ein Battle Royale haben mit so vielen Spielern. Und ja, vielleicht ist es auch ganz gut für Skill-Best Matchmaking, wenn natürlich mehr Leute zusammengefunden werden müssen für ein Spiel. Dann ist es so, dass dieser Skill-Gap vielleicht ein bisschen vergrößert werden muss, damit man nicht zu lange wartet. Also vielleicht ist das ja sogar was ganz Positives. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das alles weitergeht. Aber das sind jetzt die neuen Leaks, die wir bekommen haben, die aber, wie gesagt, nicht bestätigt sind, aber auch wieder aus einer Ecke kommen, wo wir in der Vergangenheit Leaks bekommen haben, die dann gestimmt haben. Dann gibt es jetzt ein neues Interview mit einem Activision-Mitarbeiter, der so ein bisschen über die Zukunft von Warzone spricht. Und was der sagt, ist sehr interessant, wenn man eben diese ganzen Leaks mit einbezieht. Finde ich auf jeden Fall. Am Anfang wird erstmal so eine Sache wiederholt, die Activision in der Vergangenheit immer wieder sagt. Und zwar meint der, der interviewt wird, wir sehen Warzone als ein sehr großes Ökosystem an, welches weiter Spieler einbezieht und einen Ort bietet, um sich zu versammeln. Und ja, da wird wieder so ein bisschen diese Idee wiederholt, dass Warzone eben so dieser Mittelpunkt ist von COD und alle anderen CODs zusammenbringt und eben eine große Spielerschaft hat und irgendwie Leute informieren kann über neue Informationen zu Call of Duty, über neue Releases, so wie es eben auch mit diesem Live-Event gemacht wurde, dass dann Black Ops Cold war revealed hat. Der Activision-Mitarbeiter spricht dann so ein bisschen über das, was uns erwartet in den nächsten Seasons, was man natürlich jetzt mit Season 3 auf die neue Map beziehen kann. Und zwar meint er, in den nächsten Seasons wird es sehr coolen Stuff zu sehen geben, den Warzone noch nie gemacht hat. Es wird sehr aufregend und in einer COD-Art gemacht. Und weiter meint er, nur Warzone kann die Dinge machen, die wir für die nächsten Seasons geplant haben. Call of Duty Cold Wars Identität und das 80er-Jahre-Thema bietet unzählige Möglichkeiten für innovative Inhalte. Ich weiß jetzt nicht, warum die 80er-Jahre irgendwie so besonders gut sind für unzählige Inhalte, aber ich finde auf jeden Fall, dass die Aussage so ein bisschen den League bestätigt, den wir hatten, dass die nächste Map eben in den 80er-Jahren spielt und anscheinend wird Warzone dahin switchen. Spannend finde ich auch allgemein, dass Treyarch damit dann vielleicht content-technisch noch mehr übernimmt und mehr beisteuert. Ich meine, die Map, die wird jetzt dann von Treyarch gemacht. Und es ist natürlich so, dass Treyarch allgemein ziemlich viel verrückte Sachen in ihrem Call of Duty-Universum hat. Mit den ganzen Zombie-Verrücktheiten, mit Portalen und so weiter, die es da gibt. Und ich meine, die Zombies sind jetzt schon da. Vielleicht kann ja noch was anderes dazu kommen, so war so was verrückt ist. Es muss ja nicht komplett crazy werden, aber so ein bisschen was Verrücktes, glaube ich, wäre eine coole Sache. Und würde wahrscheinlich Spaß mit zum Game bringen. Finde ich auf jeden Fall. Ich mag sowas. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Das Interview war dann an der Stelle aber nicht zu Ende. Es ist so, dass tatsächlich auch noch über Fortnite gesprochen wurde. Und da wurde gesagt, wir sehen Fortnite nicht als Wettbewerber, also als Konkurrenz. Wir sind darauf fokussiert, Warzone das Beste zu machen, was es sein kann. Nur Warzone könnte Zombies so handhaben, wie wir es tun. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass es natürlich Gameplay-technisch stimmt. Und Fortnite ist da einfach ein anderes Spiel mit dem ganzen Bauen. Aber event-technisch und content-technisch ist Fortnite schon besser, finde ich. Also die Events, die da die ganze Zeit passieren, sind ultra krass. Und man muss Fortnite jetzt nicht mögen, aber die Events sind einfach verrückt und aufwendig. Fortnite bekommt relativ oft neuen Content. Und das sind beide Sachen, die jetzt bei Warzone nicht so wirklich stattfinden. Wir kriegen natürlich irgendwie die neuen Waffen regelmäßig zu Warzone. Aber die Map-Veränderungen zum Beispiel sind jetzt nicht allzu wild. Und da könnte sich, finde ich, Warzone auf jeden Fall noch eine Scheibe abschneiden. Auch wenn die beiden Games natürlich gameplay-technisch stark unterschiedlich sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema sagt und was da aktuell eure Meinung ist. Und was findet ihr? Wie verrückt darf Warzone werden? Ich weiß, dass da wahrscheinlich einige komplett anderer Meinung sind wie ich. Aber ich glaube, so ein paar verrückte Zombie-Sachen wären nicht allzu verkehrt und könnten wirklich Spaß irgendwie dazu bringen. Müssen wir mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Das ist jetzt natürlich nur eine Idee von mir. Da ist nichts bestätigt. Da gibt es auch keine Leaks. Also macht euch da keine Sorgen. Es ist dann außerdem so, dass es eine neue Bannwelle gab. Die ist gestern unterwegs gewesen, kann man sagen. Gestern hat es einige Leute betroffen. Anscheinend allerdings in erster Linie die Leute, die so Unlock-All-Accounts hatten mit ganz vielen Waffen, die man schon spielen konnte, die man nicht freigeschaltet hat, die man sich nicht gekauft hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass es mir egal ist, wenn ein Gegner mit einer Waffe spielt, die er nicht bezahlt hat. Das juckt mich jetzt nicht wirklich. Und das wird anscheinend jetzt alles irgendwie überprüft durch eine serverseitige Sache. Also der Server checkt irgendwie, ob die Person, die mit einer Waffe spielt, die auch wirklich schon freigespielt hat oder gekauft hat und ob der damit spielen darf. Und ja, wenn ich das höre, mit so serverseitigen Tests, würde ich mir wünschen, dass es irgendwie ein Anti-Cheat gibt, das serverseitig einfach guckt, ob manche Sachen möglich sind oder nicht. Weil manche Leute haben Aim-Bots und so offensichtliche Wall-Hacks, die müsste man eigentlich serverseitig sofort erkennen. Also wenn irgendwer jemanden durch die Wand verfolgt, ewige Zeit und der nicht gelive-markt ist, dann muss das ja ein Hack sein. Und wäre cool, wenn man sowas serverseitig checken könnte. Aber gut, ne? Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Raven Software hat aber auf jeden Fall auch getweetet, dass es noch weitere Bannwellen gibt und dass weitere Bannwellen kommen. Das heißt, die sind da anscheinend noch dran. Aktuell ziehen ja die ganzen Hacker wieder so ein bisschen an. Es gibt wieder mehr Hacker als noch vor ein paar Wochen. Dementsprechend ist es auf jeden Fall gut, dass da Raven Software noch dran ist und dass da weiter was passiert. Und ja, Leute, das war es an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Lasst auch ein Abo da für weitere COD-Videos. Und wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.